Die Hochzeit findet endlich statt. Pietro und Laura haben sich entschieden und die ganze Welt soll es wissen, obwohl der Musiker sich am Anfang dagegen gewehrt hat. Jahrelang machen nicht nur die Fans, sondern auch die Medien Druck. Immer wieder wird ihnen diese eine Frage gestellt. Wann wollt ihr endlich heiraten? Jedes Mal gab es darauf eine andere Antwort. Außerdem haben sie sich mehrmals getrennt. Und kurzzeitig sah es wohl so aus, als würden die beiden niemals heiraten können. Nach jeder Trennung gab es viel Drama. Doch jetzt, wo die beiden wieder Eltern geworden sind, wollen sie auch dieses Thema beenden. Pietro hat schon betont, dass sie gerne als Familie heiraten wollen, wenn ihr Baby da ist. Und das waren keine leeren Versprechen. Denn jetzt ist ihr Sohn da und die ersten Vorbereitungen gibt es schon. Denn auf einem Foto sind sie wohl beim Standesamt und haben schon den ersten Schritt getan. Außerdem schreibt der Musiker unter dem Foto, bald wird geheiratet. Wann genau lässt er offen? Glaubt ihr, dass es nächstes Jahr sein wird?